Willkommen ihr lieben Clasherinnen und Clasher bei einer dazwischen geschobenen Folge von Clash of Clans heute auf dem zweiten Weihnachtsfeiertag. Und ihr seht, ihr habt es auch schon im Thumbnail gesehen, Clan geklaut. Ich bin clanlos mit dem Donnerbengel. Ich muss jetzt so ein bisschen ausholen, denn was sich hier heute Nacht abgespielt hat, dass ich wusste nicht mehr, was ist hier eigentlich, was ist eigentlich Taco. Letztendlich war es eigentlich, ich wollte meine Angriffe machen, denke so, gehst du mal ins Game, fordust ein paar Truppen, machst deine Angriffe. Da hat mich jemand gekickt. Da hat mich tatsächlich jemand gekickt. Lasst euch jetzt nicht irritieren von den vielen Einladungen hier. Es hatte mich dann gekickt, hier unten der Homer Simpson. Homer Simpson hat mich gekickt vom Clan Disabled. Und wie kann das eigentlich sein, dass mich Homer Simpson kickt? Ich war dort Vize, das heißt der Homer Simpson muss dort Lieder gehabt haben, um mich da rauszuschmeißen. Aber als ich beim Homer Simpson draufgegangen bin, da war der Homer Simpson in einen Clan, der nannte sich Nadenlos, war ein Level 10 Clan, also nicht aus der Nadenlos-Familie, sondern irgendein Nadenlos-Clan. Dort war er dann schon da mit ganz, 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 ganz vielen neuen. Also habe ich auch da gedacht, auch da ist irgendwas nicht richtig. Ich bin dann aber mal in den Clan Disabled reingegangen, habe mal geguckt, New Clan und ihr seht das hier, hier sind ganz viele neue Leute. Hier sind auch ein paar, die wir kennen. Disabled Java, der war bei uns. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Ich habe eine Vermutung, dass der Account weitergegeben wurde, geshared wurde oder was auch immer. Aber es war zwischenzeitlich einer und der ist hier jetzt auch raus. Eben war der hier noch drin. Ich kotze ja sowas von. Naja, egal. Ich werde euch jemanden zeigen, der hier Lieder war. Der war nämlich kurzfristig mal Lieder. Aber ich muss sagen, ich kotze jetzt schon wieder diese Typen. Also ich mit diese Typen, ihr könnt dieses Wort oder dieses Wort Typen mit den übelsten Schimpfwörtern, die man haben kann, diese Leute, die ich jetzt hier, glaube ich, anspreche, beschimpfen oder was auch immer. Also ich zeige euch jetzt einen Account. Der war hier nämlich Lieder die ganze Zeit. Und jetzt ist hier, glaube ich, der Alex. Ist der Alex hier Lieder? Ja, der Alex. Ein Alex ist hier Lieder. Irgendein Alex. Und ich zeige euch jetzt eine Seite. Die kennt ihr sicherlich. Clasherstarts.de Und hier seht ihr, ich habe heute auch mal meinen Mauszeiger drin. Hier seht ihr diesen Account. Der war hier Anführer. Der war hier Anführer am 26.12. Also er muss irgendwie den Anführer bekommen haben, dann immer wieder weitergereicht haben. Dann sind die Leute wieder degradiert worden, teilweise befördert worden und und und. Irgendetwas war hier nicht ganz Kuscher. Und wenn wir hier mal reingehen, beziehungsweise in diesen Spieler bin ich da mal reingegangen. Was, wo kommt der eigentlich her? Was hatte der eigentlich vorher? Jetzt muss ich mal gucken. Ah ne, das war die, da war, das, das war leer. Okay, das ist der Clan, den er mal hatte. Denke ich mal. Also zumindest sieht der Clan-Name genauso aus wie der Spieler-Name, beziehungsweise das ist ja der Spieler-Name. Und hier heißt es, begehe nie einen Fehler und gebe deinen Clan einen Namen. Sobald, ne, bald weiß sowieso niemand mehr, was der Clan jemals war. Schutt und Asche. Man weiß es nie. Wie? Also das finde ich echt eine dick dreiste Scheiße hier, muss ich mal so sagen. Und irgendwie ist er ja an diesen Account gekommen und es weiß nur keiner wie. Also auch ich weiß es nicht wie. Bevor ich jetzt auf die nächste Clasher-Start-Seite gehe, gehe ich kurz mal wieder zurück ins Game und habe nach meinen Recherchen, also erstmal recherchiert, was, was ist da los, Leute, was ist da los? Bin ich in einen Clan gegangen, wo ich gedacht habe, der Homer Simpson geht da ja jetzt gerade rein. Leute, achtet auf Homer Simpson. Nehmt ihn nicht an. Der klaut euch den Clan oder klaut euch Accounts oder was auch immer. Also bin ich in den Clan Jack Daniels und der Homer Simpson hier, wir gucken mal, ist nämlich jetzt Clan los. Wahrscheinlich sucht er jetzt gerade wieder irgendjemanden oder irgendeine Masche, um an einen anderen Clan zu kommen. Also hat der hier, beziehungsweise war er in diesem Clan. Ich bin da dann rein mit dem Donnerbengel, so nach dem Motto Achtung, da versucht jemand an eure Daten zu kommen. Und als ich in diesem Clan drin war, da haben die sich alle bepisst, da haben die sich alle begeiert und der eine hat geschrieben, ah, wieder einen, wieder einen gezogen. Damit meinten die natürlich mich, Vollidioten, der da jetzt reinkommt, um die Leute zu warnen. Aber ich bin genau in diesem Clan gerade, glaube ich, drin, wo das Ganze passiert. Denn plötzlich, ich bin sofort rausgegangen da, weil ich den Braten gerochen habe. Denn ich habe kurz in den Chat einmal hoch und runter gescrollt und habe gesehen, Mitglied, Co, Leader, die haben da wild durchgetauscht. Und kurz nachdem ich dann ja raus war, und ihr seht das hier, haben die mich versucht, wieder einzuladen. Also zumindest der eine Alex und auch dann der andere Alex da unten. Und ihr seht das auch hier, der Alex da oben ist im Clan Disable drin. Und der andere ist im Clan Jack Daniels drin. Ist er da wirklich noch drin? Ah ja, guck mal, da ist er ja wirklich noch drin. Kaum zu glauben. Aber, und hier sieht man jetzt vor allen Dingen, das ist das Clan-Tag vom Jack Daniels-Clan. German-CW-Clan-Feature, bla bla bla, völlige Scheiße hier. Wir haben niemals einen Winstrieg von 24 gehabt, diese Luschen hier. Aber sei es drum, ihr kennt, den Clan sind disabled. Ihr kennt den Clan. Und wir hatten nie, wir haben nie so eine, seht ihr das da, die gleiche Scheiße, nur kopiert und ein bisschen umgeändert. Best-Winstreak 105, das stimmt gar nicht. 76 ist unser Winstreak und Nix 105. Aber wir verlieren natürlich jetzt unseren Winstreak, weil der Clan ist weg. Der Clan ist weg. Und ich weiß noch nicht, wo der Clan hin ist, kann ich euch sagen. Ich muss jetzt aber nochmal zu Clasher Starts zurückgehen einmal. Und zwar hier hinten auf diese Seite. Ich habe mir unseren alten Leader mal angeschaut. Und der ist von heute auf morgen, also von jetzt auf nichts, ist der vom Anführer mal eben zum Mitglied gemacht worden. Also ich denke mal, irgendwie ist da was gewesen. Also Leute, mit euren Account-Daten, da muss man sensibel mit umgehen. Ihr seht, was für eine Scheiße hier passieren kann. Also der ist hier Mitglied geworden. Ja, und dementsprechend war der Clan mehr... Der Clan war weg. Der Clan ist weg. Ich muss mal gerade gucken, wen ich jetzt eigentlich hier noch drin habe. Ja, der Jan war da mit drin. Auch ein langjähriges Jan K. Jetzt muss ich mal eben schauen. Jan K. war ganz lange auch Vize, auch mit einem ganz anderen Account noch. Ich glaube, das ist der. Das ist der Jan. Der hatte nämlich mehrere Accounts hier bei uns. Beim Clan sind wir disabled. Und auch ihr seht, ihr Vize-Anführer, auch sehr, sehr lange. Ich selber war ja seit 2.8., äh, seit 2.8., seit 2.1. in diesem Clan drin. Ich muss mal noch einen zurückgehen. Wem wir da haben? Ah, okay, da haben wir dann keinen mehr drin. Aber ich hatte hier eigentlich noch jemanden in der Suche. Muss ich mal schauen. Und dann, ähm, ich hatte hier eigentlich noch welche drin. Ah. Da habe ich noch welche drin hier. Und, ähm, jetzt muss ich mal gucken, wer es eigentlich war. Wer war das eigentlich? Ähm, nur um euch das zu zeigen. Ähm, das ist der 8. Der 8.2 am Ende. Er hier. Das müsste der Donnerbengel sein. Und, nur um euch das... Ah, da ist er. Ja. Oh, jetzt habe ich zweimal geklickt. Okay, jetzt lädt er da oben nochmal durch. Und ihr seht das hier. Ähm, alles grün hier im Rating. Also Treue und, und, und. Und ich war ja auch lange, ich war wirklich sehr, sehr lange da. Nämlich bis 26.12. Jetzt bin ich erstmal Clan los. Ähm, ich weiß nicht, was da los war. Wirklich nicht. Also seit 2.1. war ich in diesem Clan. Ich war Vize. Und die würden mich nicht kicken. Einige kenne ich da ja aus den Streams, aus meinen Videofolgen. Und natürlich hier auch aus den Kämpfen. Und, ähm, ähm, ich muss, ich bin wirklich so ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, äh, was da passiert ist. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte euch zumindest warnen. Natürlich gehe ich jetzt nicht in diese Clans hier rein. Also weder in den Clan Jack Daniels, noch gehe ich in den Clan The Disabled, der jetzt von einem ganz anderen geführt wird. Also das ist nicht mehr der Clan The Disabled. Das ist eine feindliche Übernahme, so nenne ich das mal. Aber es gibt hier schon Leute, die haben hier jetzt schon Clans gegründet. Denn auch ich hab mir mal meine alten Leute geschnappt, hab die in meine Friendslist reingepackt. Weil, ich glaube, die sind daran jetzt nicht schuld. Und der Kamil hier hat schon so einen Clan gegründet. GG Andi. Und ich glaube, Andi hat dementsprechend seinen Account verloren. Und ich werde jetzt mal in einen dieser Clans reingehen. Und ich denke mal, denn das sind die Leute, die ich kenne hier. Ihr seht das. Das sind die Leute, die ich kenne. Kamil, Paulchen, Danny, AK96, Jan, Nase 11, war auch schon mal bei uns im Clan, Danger, Birdie, Fiff, ist hier Leader, Seppi und so weiter. Die Nafi ist unser Inder. Und die Anos-Accounts gehören, glaube ich, auch dem Jan. Und da werde ich jetzt mal reingehen. Ich denke mal, dann werde ich auch ein bisschen schlauer werden. Aber trotzdem wollte ich euch nur warnen vor solchen mit Daten. Wenn jemand von euch eine E-Mail-Adresse oder so will, haltet euch bedeckt. Da geht nichts am besten. Also ich habe jetzt einige Accounts sowieso im Laufe der Zeit mit IDs verbunden. Das heißt also mit der Supercell-ID. Das ist mir einfach, glaube ich, eine Ecke sicherer als nur ein E-Mail-Account. Und vor allen Dingen habe ich überall eine Zwei-Faktor-Authentifikation. Das heißt also, wenn sich jemand an einem neuen Gerät anmeldet, dann muss er mein Kennwort kennen. Das kann er ja noch kennen. Das kann er ja rauskriegen, denke ich mal. Aber er bekommt dann eine SMS auf mein Handy. Auf mein Handy. Auf meine Nummer. Und die kann er auch nicht ändern, diese Nummer. Denn auch dafür brauchst du eine Authentifikation. Und dementsprechend weiß man eigentlich sofort Bescheid. Oh, oh, da ist was mit dem Account. Da muss ich was tun. Aber ich springe jetzt mal in den Clan so disabled. Ja, nicht so disabled. Und dann glaube ich, weiß ich etwas mehr. Okay, ich bin jetzt in den Clan hier reingegangen. Und hier haben sich die Leute auch schon die ganze Zeit jetzt versammelt. Also der Account ist gescampt worden. Also es sind keine Account-Daten weitergereicht worden. Oder so angeblich. Ja, das sind natürlich jetzt wieder Mutmaßungen von irgendwelchen 13-jährigen Skip-Keys. Und ihr seht, dass da unten Jack Daniels-Clan sind auch welche von denen. Und auch in diesem Gnadenlos, den ich euch nicht mehr zeigen kann. Oder ich muss mal eben schauen, ob ich den Gnadenlos-Clan nicht doch hier drin hatte. Vor allen Dingen hier wollen die mich als Freund. Ja, holt euch den Tote ruhig als Freund. Also ich versuche jetzt natürlich mit diesem Clan hier unseren Clan irgendwie zurückzuholen. Und wie auch immer, jetzt gucke ich mal, ob ich den anderen, ja den Jack Daniels, habe ich in dem Fall drin. Ach hier, hier ist dieser Gnadenlos-Clan, den die sich auch irgendwie scheinbar geschnappt haben. Keine Ahnung. Auch hier sind nur neue Leute drin gewesen. Und jetzt muss ich mal einmal gucken, wer hier jetzt gerade Leader ist. Denn hier war ja, hier war auch der Homer Simpson drin. Kurzfristig. Und entweder ist hier, also irgendein Account werden wir hier jetzt, denke ich mal, sehen, der hier jetzt plötzlich Leader ist. Irgend so ein hingefallener, kleiner Dummy-Account. Und, oh, der ist richtig voll die Bude. Ich meine, ist aber, glaube ich, auch auf. Und, ne, wieso sehen wir hier Elder, Elder, Elder? Habe ich jetzt den Leader hier übersehen? Ach, ne, das ist wieder der Hey-Gay da ganz oben. Okay, warum auch immer. Hier war auch ein ganz anderer Leader. Also auch hier, das Ding hier ist auch übernommen worden. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Und aus diesem Clan hier heraus geht das Ganze. Glaube ich zumindest. Ihr seht ja hier, der wollte mich jetzt schon einladen. Der hier ist. Hier ist noch ein Alex. Und, wenn ich mir die Leute hier mal so anschaue. Also, irgendeiner sitzt hier drin und hat hier Dreck angesteckt. Oder halt mehrere. Keine Ahnung. Knockout hat sich da eingeschlichen. Hat aber, glaube ich, aus dem Chat auch noch nichts rausbekommen. Und, ähm, ja, ich bin jetzt, ich bin wirklich mal gespannt, wie wir das hier reißen wollen. Es gab bisher noch keine Antwort, aber jemand hat, glaube ich, schon SC, also Supercell, informiert. Und, ähm, wir werden sicherlich sehen, wie es da weitergeht. Klar, es ist jetzt erstmal Weihnachten. Und, äh, die, die Winstreak ist natürlich weg. Das ist scheißegal. Aber, dass der Clan weg ist und dass die sich jetzt damit, damit brüsten, ähm, damit brüsten, dass sie, ähm, ne 100er Winstreak haben. Äh, halt, nee, nicht die, sondern, sondern der Clan sind disabled. Äh, ich könnte kotzen, ehrlich. Ich könnte kotzen. Und ich wusste nicht, das Ganze ist irgendwann heute Nacht um, gegen 1 Uhr passiert. Da war ich noch wach. Quasi vor meinen Augen, das Ganze. Und hier war dieser eine Account auch drin, den ich euch gezeigt habe. Der war hier kurzfristig mal Lieder. Ich meine, hier waren einige Lieder. Aber, aber ihr seht das hier, ähm, wir wollen mal schauen, ob wir den Clan nicht doch irgendwie zurückkriegen. Und ob die, ob die nicht doch irgendwie die Scheiße aus ihrem Hirn rauskriegen. Ich halte euch auf den Laufenden. Also seid bitte vorsichtig. War nur eine kurze oder etwas längere Folge. Seid vorsichtig mit euren Accounts. Und, ähm, ich meine, wenn sie gescammed werden, dann hat man eh keine Chance, als dass man dann über den Hersteller geht. Mal sehen, ob wir den Clan zurückbekommen. Ich bin wirklich mal gespannt. Ihr könnt mir gerne was in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr dort mehr wisst, als ich. Oder ich mich jetzt hier zum völligen Idioten gemacht habe. Bis dahin, euer Toto. Flasht.